Hi ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Ich bin gerade beim Heilige Geist Kirche in München. Da hat man richtig schön mit Kerze, was man hier sieht. Seht ihr? An den Kanten oder mit dem Lichteffekt. Hi ihr Lieben. Das ist der Heilige Geist. In München, die ganze Gemälde hier auf der Decke, was man sieht, ist wow. Und bei diesem Heilige Geist Kirche gibt es eine kleine Kapelle, wo ich gleich auch hingehe und hier am Tor ist ein Tauber. Seht ihr das? Das ist das Symbol von dem 4, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, das ist die Taube hier. Seht ihr? Da vorne. Die Taube symbolisiert den Heiligen Geist. Ich gehe jetzt gleich zum kleinen Kapelle, wo wir Jesus Christus Gott selbst, der menschliche Gestalt angenommen haben, sehen können. Ich gehe gleich rein und da drinnen darf man nicht reden. Deswegen nehme ich nur auf. Das ist das Symbol von der Heiligen Geist. Das wäre das Symbol von dem Kanten, der Heimat. Das ist das Symbol von der Heiligen Geist. Das ist das Symbol von der Heiligen Geist. Ich gehe gleich rein. Ich gehe gleich rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt können wir reden. Jetzt bin ich draußen. Da drinnen dürfte man nicht reden. So, da ist die Taube noch mal. So, da ist die Taube. 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 So, da ist die Taube.